hallo und herzlich willkommen zu einer runde world of warcraft ich befinde mich jetzt im auge des sturm die kreuzung frau nicht viel zu sagen zwei einnehmen die flagge holen oder drei einnehmen oder allein nehmen wie auch immer dann haben wir gewonnen als erstes 1500 punkt der hand ich habe mal der sieg wird heute genau wie gestern das war ja mal richtig geil gewesen gestern wenn der folge ich dachte ich habe schon ich war gerade an überlegen wegen ums becken weil ich war heute schon in der instanz gewesen in drei stück und da hatte ich getankt deswegen ich geschaut ob der tanks bank raus ist und er ist raus schon mal richtig hinsetzen gibt es ja einen tisch gibt es kein tisch gibt es kein tisch mehr gibt es nicht alle voll wurde nicht voll das ist ja schon mal richtig unschön mehr alis wie hortler da zwei hortler 14 alis vielleicht kommen wir noch drei hortler ich hoffe es gut ist aber mit zwei weniger ist schon übel ein weniger geht ja aber zwei weniger starte mal die runde ich rinne noch rechts ich rinne noch rechts ich rinne noch rechts komm Plage einnehmen. Oder B11 Turm B11 Turm B11 Turm B11 Turm Tri Naru In Das ist der Magiatur Das ist der Teufelshecher Das ist der Blutessen von mir Ich bin Tja 15 15 Na gut Alle da 2 Leute da Shane die Alice Link in Führung nicht schön ich bin zu langsam es ist zu spät 8 Mensch kann noch nicht wahr sein Go 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 keiner hier passt noch zu tun da sind zwei ja dann ist okay der Prohülse bin gleich da wartet auf mich ich mache alle platt oder die machen mich platt oder das war gerade der Todstrahl den kann ich mit den Augen machen und 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 das kann uns sein aber ich hab glaube ich in Kiel gekriegt habe ich in Kiel nein ich habe kein Kiel bekommen ach Mensch ich ich das war jetzt mein Kiel ja ich habe Kiel bekommen ach der Jäger Wer ist dran? Ah, das war ne Mage und ne Nachricht gekriegt Wer schreibt mir um diese Zeichen? Nein, die Fiat Ach, das war bestimmt nicht mein Kind Das kann doch nicht sein Das haben wir so verloren Wir können nicht nur mit einem Turm übernehmen Wir brauchen zwei Was geht nur los? Was geht nicht los? Das war ein Sly Oh cool Wir haben zwei Vasen von denen geklaut Jetzt haben wir die Flagge aber kein Turm übernehmen Die Flagge abgeben können Das ist ja mal richtig genial Mal schauen, wer mir die Nachricht geschrien hat Ich schreibe gleich zurück Die Runde ist ja denk ich mal gleich vorbei Das ist ja bei zwei dahinter in dem Turm Ich schreibe gleich Na ja, man kann es ja mal probieren Das ist so funny Aber ich bin nicht Was, der zweitbeste von der Horde? Das kann doch nicht sein Ey Leute, ihr spielt ja Kann doch nicht der zweitbeste sein Nein, das gibt es nicht Den haben wir sowieso schon verloren Wenn ich da zweitbeste bin Wenn ich da zweitbeste bin Ich bin voll der Lobbro 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 Was steht da? Ihr seid gestorben Hm Könnte man so sagen, ich habe EPs in Schuld, leider ist die Woche EPs für die Kleintier-Arena. Der Typ ist wieder voll, ist ein Priester. Okay, ich war nur der Trittfeste. Na gut. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir wieder dabei seid. Bis daheim wünsche ich. Und viel Spaß. Ich habe es überlebt. Und auf Wiedersehen. Tschüss.